Hallo Tristan, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Hallo Bo, ich freue mich auch, dich zu sehen. Du bist ein großartiger Schauspieler. Und was mich sehr an deinen Rollen fasziniert, ist, dass die so unterschiedlich sind. Also wenn wir jetzt bei Kudamm, von Kudamm sprechen, und eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr mochte, war Parfüm, oder das Parfüm oder Parfüm ist sie, glaube ich? Die so unterschiedlich sind, die Charaktere, also nicht so die Charaktere, sondern auch die Art und Weise, wie du sie natürlich angelegt hast. Insofern ist dir das bewusst und machst du das, ja, suchst du absichtlich deine Rollen so aus? Oder was legst du? Absolut bewusst und ja, ich suche meine Rollen dementsprechend aus, dass ich mich quasi nicht sehr viel wiederholen will, weil es mir einfach Freude macht, quasi in die unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Charaktere zu schlüpfen und sie zu verstehen. Und wenn ich mir jetzt irgendwie so meinem Typ folgen würde und vielleicht auf das Pferd setzen würde, was irgendwie vielleicht funktioniert oder so, dann fange ich einfach zu schnell an, mich zu langweilen. Okay, was wäre das? Was wäre das, was du sagst? Wo siehst du deine Schublade? Naja, so noch vor ein paar Jahren war es so dieser, so ein bisschen der junge, stürmische Liebhaber-Typ oder sowas, wurde mir angeboten. Es wurde dann auch quasi zum Beispiel nach Toni Erdmann, wurden mir auf einmal ganz viele so Business-Arschgeigen angeboten, was mich dann echt verwundert hat. Und genau, da habe ich dann einfach, versuche ich immer in den Gegensatz zu gehen, einfach damit es spannend bleibt. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, gerade am Anfang ist es schon wichtig, dass die Schauspieler ihre eigene Handschrift finden und ihren eigenen Mythos folgen. Weil ich finde, oftmals verwässert das, wenn, ich meine, du hast jetzt einen anderen Level erreicht, aber gerade am Anfang finde ich Schauspieler, die so den ganzen Katalog aufblättern und alles sein können, das verwässert, finde ich, auch sehr. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, so Lady Gaga hat irgendwann, glaube ich, bevor sie bekannt wurde, ist sie ein Jahr lang mit der gleichen Klamotten auf allen Partys gegangen, damit sich quasi erstmal der Name mit ihrer Person verbindet und dann kannst du machen, was du willst. Ich finde das eigentlich sehr schwierig, komplett irgendwie mit allen Images auch geblättert immer rumzulaufen. Jetzt in der Situation, in der du bist, ist es was anderes, weil du kannst dir die Rollen mittlerweile aussuchen. Verstehe ich. Oder siehst du es anders? Wenn ich dann natürlich als junger Schauspieler, ist immer die Frage natürlich, wie schnell hast du die Möglichkeit, dir wirklich auch dann zu erlauben, nur das eine zu machen. Also als junger Schauspieler ist es ja dann auch wichtig, dich irgendwie vielleicht viel zu spielen oder dich auszuprobieren und natürlich dann auch Geld zu verdienen. Also wenn du als junger Schauspieler von der Schauspielschule kommst und vielleicht dann mit dem Theater ist es nichts geworden oder du willst lieber drehen, dann ist es natürlich auch oftmals schwierig, das sich genau auszusuchen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, das habe ich vielleicht zu wenig gemacht in meinen ersten Jahren und habe eher so auf allen Hochzeiten getanzt. Aber ich habe irgendwie vielleicht dann daraus eine Tugend gemacht, weil ich jetzt tatsächlich dann irgendwie in dem letzten Jahr kamen sehr viele Dinge von mir raus, sehr viele Arbeiten. Und da war dann der Finanzminister, ein Anwalt, dann war irgendwie so ein Kopf, der irgendwie in der Krise ist. Und das ist natürlich dann wahnsinnig toll, so das spielen zu können, so in verschiedenen Richtungen. Genau, aber das hast du mir ja auch erst gearbeitet. Das kam ja nicht einfach so. Was ist das Erste, was du tust, wenn du ein Buch gelesen hast und das machen möchtest? Gibt es irgendwie Rituale, die du tust? Ich tue mich immer sehr schwer mit dem Lesen. Ich brauche so totale Ruhe, um ein Drehbuch zu lesen. Und ich lebe in einem ziemlich trubeligen Haushalt, muss mich dann zurückziehen und dann gehe ich irgendwie in ein Café oder in unser kleines Büro und brauche echt absolute Stille. Ich muss mich an den Tisch setzen. Ich kann nicht auf dem Bett lesen oder so. Ich muss mich total dem hingeben und fange auch tatsächlich an, dass dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, es zu machen, es sofort wiederzulesen und wiederzulesen. Also ich versuche, das Drehbuch immer wieder, immer wieder zu lesen, um die Impulse, die mir kommen beim Lesen, dann sofort aufzuschreiben und direkt irgendwie eine Fantasie zu bekommen vom Innenleben und dann auch von der äußerlichen Erscheinung dieser Figur. Ich kriege beim Lesen dann schnell einfach eine Idee und daraus baue ich mir dann quasi so meine Gewissheit. Die Welt. Und machst du das alleine oder holst du dir auch manchmal Unterstützung dazu? Ich bin erst mal alleine, beschäftige mich, versuche mich sehr stark erst mal selber damit zu beschäftigen und gehe dann mit meinem Rucksack, den ich schon mir erarbeitet habe, dann zu meinem Coach, Wolfgang Wimmer, mit dem ich seit, glaube ich, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren schon zusammenarbeite. Der habe ich kennengelernt über meine erste Arbeit, ich glaube, die erste Kudamm-Arbeit war das. Und seitdem arbeite ich immer wieder mit dem. Und das sind dann Gespräche, sehr intensive Gespräche und mein Coach ist jemand, der mir quasi dauernd Türen in meinem Kopf öffnet, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Und auf einmal ermöglicht er mir quasi einen Eingang in noch eine tiefere Fantasie und in noch größeres Innenleben der Figur. Weil diese ganzen Dinge sind ja in mir, aber es ist dann oft schwer, in der Arbeit alleine wirklich tief an den Charakter ranzukommen. Irgendwann brauchst du einen Partner, der dir die Bälle zuspielt, der sagt, ja, was soll man noch nach da? Oder einfach Fragen stellt. Also dauernd dich über die Figur ausfragt und du musst dauernd deine Figur quasi verteidigen und erklären. Und somit erklärst du sie dir selber. Super, okay. Also ich schätze Wolfgang auch sehr. Ich bin mit ihm befreundet. Und insofern, ich finde auch, dass er wirklich eine unglaublich gute Arbeit leistet. Und ganz konkret vielleicht ein Beispiel, was bringt es dir dann am Set, wenn du so eine Figur eben mit einem Coach erarbeitet hast? Also erstmal fordert Wolfgang von mir extreme Schreibarbeit. Aber jetzt klingelt es hier gerade. Das kann nur die Post sein. Willst du Schnapp machen? Dann musst du schneiden, ne? Ja, mach nichts, dann schneide ich es. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwo bei den... Ein konkreter Beispiel. Genau. Oh, genau. Ich hätte gefragt, was hilft das oder wie merkst du, dass dir das hilft, wenn du eine Rolle mit einem Coach erarbeitet hast? Also ganz konkret in der Arbeit mit Wolfgang ist es so, dass er quasi eine große Schreibarbeit von einem einfordert. Du bist eigentlich... Ich schreibe immer hefteweise auf wie die Person sich in der und der Situation fühlt, die Biografie, pipapo. Also wirklich, ich habe dann durch ihn die Figur irgendwann so durchdrungen, dass ich immer wieder nachschlagen kann am Set, wenn ich unsicher bin und einfach nochmal so ihn noch mehr kennenlernen kann, wenn er mir entgleitet, also die Figur. Wow. Hört sich toll an. Das ist wirklich total super. Und was ich auch toll finde, ist, dass man zum Beispiel innerhalb einer Szene, was ich auch unter anderem, weil ich auch mit Susan Betzen, weil ich mit ihrem Buch arbeite, was die auch macht, ist, dass du dir quasi kleine Triggerpunkte in der Szene suchst, die zum Beispiel über einen Geruch oder über irgendwie einen kalten Wind, der durchs Zimmer geht, den du dir vorstellst, quasi der wiederum quasi was für in der Psychologie deiner Figur bedeutet und die man dann sieht. Also du siehst die dann einfach on screen. Wenn du dir einfach kurz mal irgendwie dich einfach schüttelst oder so oder irgendwie was riechst und auf einmal kommt eine Erinnerung hoch und du bist kurz mit dem Gedanken in deiner anderen Welt innerhalb der Szene und das sind Momente, die meist dann doch sehr stark wirken. Und das sind zum Beispiel auch konkrete Dinge, die ich dann mit Wolfgang erarbeite. Kannst du dich gut selber sehen bei Filmen? Überhaupt nicht. I fucking hate it. Also ich, es ist tatsächlich so, dass ich das üben musste. Also ich, tatsächlich habe ich einen Film, den ich eigentlich echt gucken muss. Den, meinen letzten Film, den habe ich immer noch nicht angeguckt, weil ich so, das ist irgendwie so ein Ding. Ich mag das nicht so gerne, obwohl, so und dann irgendwann überwindest du dich und dann gucke ich sehr technisch natürlich drauf. Also so und, Gibt es auch einen Advice oder einen Satz, der dir so ein Eye-Opener war und dir total geholfen hat, vielleicht deinen Beruf als Schauspieler zu verstehen? Tatsächlich gibt es einen Satz, den ich, den ich, den ich mir eintätowieren lassen würde und der heißt Learn Your Fucking Lines und das ist das A und O und das ist tatsächlich so, dass ich das immer wieder auch im deutschen Fernsehen und im Film sehe, also in englischen und amerikanischen Produktionen echt selten, aber ich glaube, dass sie einfach viel intensiver sich vorbereiten, ist, dass die Leute nicht ihre Lines können, also nicht wirklich den Text so durchdrungen haben, und dass du um 4 Uhr nachts geweckt werden kannst und die Szene ist es und dann kannst du sofort deine Lines ballern und ich habe letztens, also von einem Jahr oder so habe ich in Köln gedreht und war im berühmten Savoy Hotel und quasi auf der anderen Seite des Hofes war Robert Pattinson in seinem Zimmer und hat parallel gedreht auch in Köln und es war wahnsinnig faszinierend, weil ich, ich konnte ihn immer sehen, er hatte so nur so einen durchsichtigen Vorhang und er lief stundenlang in seinem Zimmer rum, hin und her und hat nur den Text gemacht, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Er hat die ganze Zeit geredet, immer wieder den Text, immer wieder die Gesten und da dachte ich mir, ja genau, so musst du eben arbeiten, musst dir einfach deinen Hintern aufreißen für die Figur und das ist, deswegen learn your lines ist, klingt so einfach, aber damit dahinter steht, einfach bereite dich vor, also bis zum G-D-Me. Cool, super, danke, gutes Schlusswort. Bleib noch kurz dran, danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020